Herzlich willkommen im SwissLife Vorsorgeportal. Wir geben Ihnen einen kurzen Einblick in das Arbeitgeberportal. Die Login-Daten erhalten die Personaler als Vertreter des Arbeitgebers mit Einrichtung des Portals und landen dann auf der Startseite. Über den zweiten Reiter Verwaltung kommen Sie in den Vertragsordner. Hier befinden sich die Einzelverträge aufgelistet und können gefiltert und oder sortiert werden. Durch Öffnen eines Einzelvertrags erhalten Sie die wichtigsten Informationen angelehnt an den Versicherungsschein oder Ausweis und können die jeweiligen Dokumente herunterladen. Im Ordner Wichtige Dokumente finden Sie alle Dokumente auf kollektiver Basis, die Antragsunterlagen und den Kollektiv-Rahmenvertrag. Der Reiter Versorgung bietet allgemeine sowie firmenindividuelle Informationen zur betrieblichen Altersversorgung. Im Bereich Informationen erfahren Sie alles zum Thema betriebliche Altersversorgung. Über die Sidebar haben Sie jederzeit einen Schnellzugriff auf die wichtigsten Elemente des Portals, wie zum Beispiel den Vertragsordner. Jeder Mitarbeiter mit einer Versorgung erhält einen persönlichen Zugang zum Arbeitnehmerportal. Unter dem Reiter Ihre Versorgung finden Sie allgemeine und firmenindividuelle Informationen zur betrieblichen Altersversorgung. Im Bereich Informationen können Sie sich über die betriebliche Altersversorgung Swiss Life und das Produkt informieren. Außerdem finden Sie Antworten auf viele Fragen rund um die betriebliche Altersvorsorge. Unter Meine Daten finden Sie Ihr persönliches Cockpit, in dem Sie Verträge einsehen und Dokumente herunterladen können. Außerdem finden Sie hier Ihr Postfach sowie weitere persönliche Daten. Durch den Rechner können Sie durch Angabe Ihres Geburtsdatums, des Bruttomonatseinkommens und dem monatlichen Beitrag, den Sie zahlen möchten, ganz einfach Vorschläge errechnen. Diese werden auf die jeweilige Versorgungsordnung Ihrer Firma abgestimmt. Dabei erhalten Sie Informationen darüber, wie Sie durch Ihren Arbeitgeber und den Staat gefördert werden und sich Ihr Eigenanteil dadurch stark verringert. Der Rechner zeigt Ihnen an, wie hoch der Betrag Ihrer voraussichtlichen monatlichen Rente und des einmaligen Kapitals sein wird.